Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen weiter Ultimate General Civil War. Schlacht von Shiloh, Tag 2, also der 7. April 1862. Wir haben uns wacker geschlagen, konnten Grant aber nicht von Pittsburgh Landing vertreiben. Er hat sich da oben auch gut verteidigt, diese Ratte. Seine Armee wartet verschanzt auf uns. Ihre Kanonenboote schützen ihre linke Flanke. Wir können sie allerdings ignorieren, wenn wir ihr Zentrum und die rechte Flanke angreifen. Das haben wir ja eigentlich letzte Folge schon gemacht. Hat aber Semin funktioniert nämlich gar nicht. Unsere Männer sind müde, aber wir können die Stellungen der Unionisten durchbrechen, wenn sie keine Verstärkung bekommen. Wie Juhl wird heute erwartet. Vielleicht können wir heute bei Tagesanbruch angreifen und Grant alleine erwischen. Wir könnten ihn sozusagen dazu zwingen, das Gebiet aufzugehen. Ich habe jetzt sämtliches Geld, was ich hatte. Man hat hier die Möglichkeit, nochmal ins Lager zu gehen. Gott sei Dank habe ich das auch gesehen, weil ich eigentlich wollte die Start drücken, quasi schon. Ich habe meine Truppen wieder aufgefüllt und ich bin pleite. Ich habe kein Geld mehr. Ich hoffe, diese Mission macht uns dicke, dicke reich. Sonst sehe ich echt ein Problem. Ich habe noch nicht mal alle unsere Brigaden auffüllen können, weil ich einfach kein Geld mehr hatte. Leute habe ich noch genug, die ich rekrutieren könnte. Aber ich habe kein Geld mehr. No money. Da müssen wir halt nebenbei, müssen halt die Leute irgendwie normalen Beruf ausüben. Krieg führen, dann mal nebenbei ein Haus bauen. Wir hatten gestern eine verdammt gute Schlacht. Unsere tapferen Truppen haben die Yankees mehrere Meilen gen Norden gedrängt. Aber der Kampf ist nicht vorbei. Oh, hoffentlich haben... Oh, ich sehe schon wieder Munition, Munition. Ach. Wir müssen Pittsburgh Landing heute halten. Sie haben es noch nicht mal eingenommen, um ihnen den entscheidenden Schlag zu versetzen. Müssen sie erst mal erobern. Ihre rechte Flanke anzugreifen ist eine gute Idee. Ja, das weiß ich. Das habe ich ganz anders schon gemacht. Generell Grand könnte Verstärkung erhalten. Ja, das wissen wir schon. Aber Pause. Was ist denn hier jetzt los? Habe ich jetzt gepennt, oder? Erstmal, warum habe ich hier einen Forest? Warum haben wir den Punkt da nicht mehr? Ich habe meine Einheiten. Ich raff gerade was nicht. Entschuldigung. Warum stehen meine Einheiten jetzt so scheiße? Da traf ich gerade nicht. Das sind die von dem... Warum... Warum stehen die hier? Kein normaler Mensch würde die da hinpacken. Das hat die KI gemacht. Die KI hat meine Position geändert. Was für ein Scheiß. Alter, das ist doch Rotz. Das ist ja Kacke. Und dann wundere ich mich gleich, dass meine Armee läuft, oder was? Aber das regt mich schon auf. Na, komm. Ja, eigentlich müsste ich es jetzt erstmal komplett zurück... Na, das machen wir auch. Komm. Kommt mal ein bisschen hier so hin. Entschuldigung, muss der Gegensatz... Äh, dass ich gerade gerade gekommen bin. Mein Ohr hat gerade dermaßen gejuckt. Ähm, so. Wer ist Forest? Das ist einer von meinen Leuten? Ich glaube aber, die können die Punkte nicht halten. Ich schicke nochmal Richards hinterher. Nicht, dass wir jetzt von hier hinten angegriffen werden. Das könnte ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. So. Wir bauen hier eine Linie. So, die Kanone verbiete ich erstmal zu feuern. Da hingegen... Ah, jetzt habe ich da eben... Ne, egal. So. Jetzt müsste sich erstmal alles... Teilendreich auch nochmal... Alles bewegen quasi. Mal kontrollieren. Ist ja alles am bewegen. Ah, die Kleine habe ich vergessen. Wieso schlimm? Hier, egal wohin, bewegt die hier. Los, los, los. Los. So, spüren wir uns noch vor. Ja, da kommen sie. Scheiße. Rack for play. Deck wird los. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Alter, was ist das für Kanonen? Komm. Quack war meiner, ne? So. Konfigurierter... Achso, wir haben das Feld da unten wieder eingenommen. Okay. Dann können wir uns hier wieder anschließen. Obwohl, ich glaube, Forest... Forest lasse ich hier mal in den Wald. Nicht, dass der da irgendjemand angreift. Aber wenn sie rauskommen, ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich reinkommen muss. Und wir müssen von dieser Küste weg. Das ist ganz schön Feuer, was wir da kriegen. Boah, jetzt werden wir von hinten. Nein. 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 Ich bin wirklich ein veel joy, Dennis. Nein, den Kannen wir nicht Forget. Scheiße. Ah, die Truppen von Biel sind eingetroffen. Oh, fuck. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Jetzt ist echt Scheiße. Ähm... Müssen jetzt alle nach vorne. Da hilft nichts. Kanone. Ja, da konnte ich mich halt leider nicht so toll aufstellen, wie ich wollte. Hilft nichts. Ach, doof gelaufen. Also, dass die KI mich so scheiße hinstellt, also... Ja, die werden wir jetzt verlieren hier. Die werden verlieren... Das ist scheiße. Scheiße. Ja, da kommt sie. Da kommt sie. Das ist... ...richtig viel, was da kommt. Ja. 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 Ja, jetzt laufen sie. Alter Scheiße. Die werden ja überrannt komplett. Die werden ja überrannt. Ich hab mein ganzes Geld ausgegeben, Mensch. Fuck, ey. Wo kommen die Leute her? Martin. Da. Kampfen, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Alte Schnee. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Ich hab jetzt... Ich hab ihn gerade... Aber halt ihn hier. Mach hier die Linie zu. Nein, der... Scheiße, die werden... ...Punkte einnehmen. ...Punkte einnehmen. nicht. Ich habe keine Truppen, die ich abziehen kann. Verdammt. Scheiße, scheiße, scheiße. Geheis, ktoś! Geheis, bis hierher! 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 8. entfernt, говорят, Gehe? Tchö, ich will mich zacken. Boah, da kommen noch mehr. Verdammte Axt. Da wird schon irgendwie runterlaufen. War noch irgendwas. Ich hab doch Coverdrehen gehabt. Stopp, stopp, stopp. Genau, da. Ich würde jetzt ein Coverdrehen-Massaker da unten geben. Äh, die Linie bricht zusammen. Da, da. Die laufen ja schon, quasi. Aber wir haben zweimal Wildschutzschützen? Warte mal. Welche war denn meine und welche nicht? Ah, die ganze Mischung. Renn mal weg. Aber wer geht mich. Thereunu nicht mehr. Lenke Flanke sieht gut aus, Rechte sieht echt scheiße aus. Richtig scheiße. So, wir verlieren den Punkt. Ich versuche es mit Cavalry zu lösen. Hoffentlich kommt der hier Jackson gut an gegen Wagner. Echtzeitig. Und da läuft wieder einer. Vielleicht können wir Horst abziehen und die Linie weiter machen. Und da läuft der Fall. Die sind noch gar nicht da. Jungs, die dürften sich auch angreifen. Gucken, ob er es tappt, so wie ich es denke. Forest! Los, 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 los! Die dürfen chargen. Mal feuern, bitte. Charge! Oh, der klappt. Hahaha! Das klappt. Das versuchen wir gleich hier hinten nochmal. Ich glaube, die werden wir jetzt auflösen. Ach, den schlacht ist jetzt mir nicht ab. So. Die laufen ganz gut. Ach, die laufen ganz gut. Nein, 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 Junge, was machst du? Bleib doch mal da, wo du bist. Jetzt hast du wohl bei der hinten Peabody zu holen. Wir sind immer noch am Abschlafen. So. Äh, Captain Heinrich. Ja, zack, zack. Sollte die haben wir abgeschlackert? Vorwärts. Holze euch, holze euch. Schau. Meine Munition. Captain Ken Cohn, oder wie du es? Das ist scheiße. Wir haben wieder einen Mann verloren. Los, 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 los. Hab die Batterie. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Pause. Hier, das war am Rennen. Wack'n'Ride, hol den dir. Äh, da ist auch wieder ein Martin, der ist schon zurückgerannt. Und, alle entschützen, das war mein Mann. Ich versuche jetzt da rechts in, in der Flanke den Ofen auszumachen. Ich versuche jetzt da rechts in, in der Flanke den Ofen auszumachen. Oh mein ihr gab. Fui, Tangier! Wack'n R Twist! Ja, roii Bei euch. Fui mal, für��의 Road champion. 1984 Sue94 City · Äh, Jungs. Weiter. Weiter. Ich brauche den Vorgesetzten. Ich brauche den Vorgesetzten. Da. Und ihr weiter nach vorne. Jetzt sind sie ja noch. Hier. Hier gleich weiter. Los, 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 los. Zu spät. Zu spät. Jetzt sind sie auch am Laufen. Die komplette Seite löst sich hier gerade komplett auf. Hier wieder wieder auf Hause machen. Echt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. So. Ja, das ist noch eine Reichweite erreicht. Geht sich alle immer weiter nach vorne. Bisschen nach vorne. Also diese Seite komplett wird aufgeregt. Wird komplett aufgeregt. So. Ihr dürft da immer noch Peabody jagen. Weiß nicht, was ich hier noch machen soll, ey. Das wird sich so... Das wird alles hier gerade zerrieben. Richtig. Bis auf den letzten Mann. Nee, nicht hinterher. Ah, jetzt wollen wir scheiße gehen. Hier zurück, zurück. Zurück. Wir gehen jetzt in die Linie. Pause, das gefällt mir da nicht. Gefällt mir auch nicht. Ich werde mal... Da. Nicht um die. Da. So, rock, fein. Ich versuche, die da wieder weiter wegzukriegen. Die Coverdring-Einheiten. Ja, in dem Wald. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Puh. Ich guck, der läuft, ne? Hält nichts von meinem Plan. Ja, da läuft wieder einer. Ich glaube, ich sollte mal mehr Nachkampf machen. Aber ich habe Angst, dass ich dekaliere. Und dann, äh... Hier ist ganz schön löffrig geworden. Okay, so. Ich gehe. Ja, ich gehe. Okay, bitte. Das ist ein bisschen tefill. Ich habe noch nie zu Ende. Ich gehe. Ich hoffe, dass das jetzt klappt, aber ich glaube, die schießen gleich nochmal. Jackson, einer von denen wird laufen. Jackson oder Grimes, ich weiß es nicht. Kommen die noch an? Kommen die noch rechtzeitig an? Ah, Jenkins läuft zurück. Die kommen an. Jenkins, Föten. Alter Schwede, ich komme hier nicht voran. Könnt ihr bitte Föten? Aber den auch unter Druck setzen, dass er den Cover nicht weiter tötet. Ich hoffe morgen, ich bin ja nicht in den Schuss gleich weit. Boah, das ist so viel. Ja, komm, zurück setzen. Warte mal, Pause. Ender sind es am Laufen. Lass den Brick machen. Ich sehe uns hier noch nicht siegen. Das ist heftig. Oh, da gibt es Kirk. Wo ist Spock? Dein Brick. 44 até Jim Perfekt, die Kanonen sind weg und die sind gerade am Laufen. Nachziehen, nachziehen, nachziehen. Los, 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 los. Ach, das war zu viel. Camper, zurück. Einweg, hol Camper. Halt. Hier gibt es auch keine Bewegung. Wo ist der? Lass mich jetzt laufen, ja. Hier gibt es noch vorne. Hier gibt es ganz schön, ja. Hier gibt es noch vorne. Kann ich in irgendeinem aufweichen hier? Boah, der rennt auf. Die ganze Flankenbahn, die ganze Mütze hat sie jetzt aufgelöst. Das ist der Grund, warum ich keinen Nahkampf machen kann. Ich bin einfach zu schlecht im Nahkampf. Ich habe keine Munition, boah. Keine Munition, dann... Ich weiß ja, wie lang können wir jetzt hier. Hey! Wir haben noch keine Schutz hier. Der Pound läuft weiter. Der ist in der Fall. Der ist in der Fall. Ich glaube, den Recovery ist auf. Auf der linken Seite gebraucht. Auf der linken Seite geht es um die Schmerzen. Au! Kacke, kacke, kacke. Der rennt doch außen rum. Ach nein, Alter. Scheiße. Sie sind aber bestimmt jetzt 100 Mann umsonst gestorben. Unentschieden. Ne, ich glaube auch nicht, dass wir das geschafft hätten. Ich glaube nicht, dass wir das geschafft hätten. Ne. Das waren auf jeden Fall zu viele, also ich weiß nicht, ob das möglich ist, also im Tag 1 sie zu besiegen. Ähm. Ne. Ah, die hatten noch mehr Einheiten als wir, ne? Infanterie, die hatten 46.000 wie nur 32.000. Kavallerie hatten wir jetzt ein bisschen mehr. Kanonen ziemlich gleich. Krass. Verluste. Ja, wir haben die Hälfte ihrer Armee etwas über die Hälfte getötet. Aber auch die unsere, die Hälfte. Tausend Mann sind bei dem vermisst. Naja, Pittsburgh Landing halten, wir konnten, haben es noch nicht mal eingenommen. Wieso würde ich das halten? Ey, die haben so derbe Verluste. Das ist sehr toll. So viel aufgestiegen. Wow. Mich wird davon wieder verwundet. Springfield-Gewehre. Sharp-Modelle. Abgesägte Schrotflinte. Geil. Ja. Ich weiß nicht. Habt ihr es geschafft? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare. Es ist... War heftig. War heftig. Und ich glaube auch, oder ist heftig. Und diese 158.000. Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Mit dem Ruf habe ich auch schon ein bisschen was gekauft. Viele neue Rekruten. Und von den 1.000 Gefangenen kriegen wir... Okay, 1.000 zusätzliche Rekruten. Alter Schwede. Das war ein Fight, ey. Gehen wir ganz kurz auf die Schlachtkarte. Abgefangene Nachricht. Ich freue mich sehr, Ihnen mitzuteilen zu können, dass wir Gen. Heinrich in Shiloh besiegt haben. Ich bin äußerst dankbar für Ihre stete militärische Unterstützung und bitte höflichst darum, uns noch weitere Einheiten und Vorräte zu schicken, die mir dabei helfen werden, meine Aufgaben zu beenden. Geben Sie mir mehr Männer und ich werde sie dorthin jagen, wo sie herkamen. General Paul, äh, Rowell, irgendwas. Abgefangene Nachricht. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Armee von Gen. Heinrich ihre Streitkräfte ernsthaft unter Druck gesetzt haben. Deshalb hat das Hauptquartier beschlossen, 3.400 unserer besten Truppen loszuschicken, die sie bei ihren Bemühungen unterstützen. Ein wichtiger Bericht. Gen. Heinrich, wir müssen, Sie warnen, dass der Feind mehrere Infanteriedivisionen per Bahn in Richtung ihres Gebiets schickt. Wir schätzen, dass es sich dabei um mehr als 40.000 Soldaten und einer unbekannten Zahl von Geschützen handelt. Anscheinend mobilisieren die Unionisten nach der Schlacht von Shiloh für einen größeren Einsatz gegen sie. Scheiße. So, ich glaube, es sind wieder mehrere kleine Gefechte. Ich glaube, das sind hier aber die größeren, ne? Ah, hier stehen noch die Armee. Boah. Ich glaube, es werde ich sehr auch spielen. So, frei rum. so wie sie waren damals, aber wir brauchen erstmal Truppen. Hier ist von denen die Hälfte fast ausgelöscht. Okay, Kanonen leben noch. Oh, Bragg ist wieder... Und hier die ganzen Einheiten, die hatte ich schon nachgekauft. Aber dem bin ich mir nicht mehr sicher. Aber hier oben hatte ich nachgekauft. Und da hatten sie auch schon die Hälfte verloren. Und jetzt wieder ein Drittel. Quasi besteht Lanes-Schützen nur noch aus ein Drittel von den Truppen, die vorher in den Kampf reingegangen sind. Hammer. Also das Geld wird wahrscheinlich wieder komplett in Truppen gehen. Nicht in Waffen. Und ja. Soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist leider ein Unentschieden geworden. Ich wüsste nicht, wie ich es hätte anders machen sollen. Die KI hat mich am Anfang... Ich würde sagen, die KI war schuld. Weil wir haben ganz viele Truppen verloren oder Leute verloren, weil wir ja komplett von rechts nach links gerade zulaufen. Ich finde, die rechte Flanke, da ja vom Fluss diese ganzen Kanonenschüsse kamen, war die rechte Flanke das dümmste, was man machen kann. Die standen da echt dumm und die haben genau richtig gemacht. Die haben einen Gegenangriff gemacht und uns damit weiter aufgehalten, in die Mitte gedrängt. Die haben uns dadurch in die Mitte gezogen. Und bis ich an der linken Seite war, an ihrer rechten Flanke, da haben wir ja schon derbe Schaden genommen. Hätte ich mich so aufstellen, oder hätte ich so gestanden wie am Tag zuvor, dann hätten wir ja schon quasi alle Truppen an der linken Flanke gehabt und hätte es vielleicht ein bisschen besser ausgesehen. Aber ich glaube, wir wären dann auch ein bisschen Zentrum gekommen und spätestens da hätten wir auch ein Unentschieden rausgehauen. Also ich glaube nicht, dass ich da gewonnen hätte. Gut. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, ein Kommentar und natürlich auch gerne ein Abo. Ansonsten wünscht euch generell Heinrich noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.